Wir haben uns als TU Dresden zusammengetan mit unseren Partnerinstitutionen von Dresden-Konzept und dem Verbund Weltoffenes Dresden, insgesamt über 70 Institutionen aus Wissenschaft, Kunst und Kultur, um uns am Altmarkt zu treffen, für den Schutz unserer Demokratie einzustehen. Und leider haben ja die jüngsten Ereignisse bei uns in Dresden gezeigt, dass es wichtiger denn je ist, dass wir uns zusammentun und uns schützen vor unsere Verfassung und unsere Demokratie stellen. Deswegen laden wir Sie sehr herzlich ein, am 25.05. Samstag nachmittags ab 15 Uhr am Altmarkt und vorher mit vier Sternzügen aus vier Himmelsrichtungen, einer geht hier ab vom Försterplatz am Rande unseres Campus, zum Altmarkt zu ziehen. Seien Sie dabei, machen Sie sich stark, sagen Sie es weiter. Wir brauchen jede Stimme am Samstag, dem 25.05. Vielen Dank.